So, herzlich willkommen zum Rückblick auf den 34. und letzten Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga, welcher da stattgefunden hat am 28. Juni und das Video wird aufgezeichnet am Montag, dem 29. Juni 2020. So, über was wollen wir reden? Wir wollen natürlich über die Verrücktheit des letzten Spieltages, meinetwegen auch über die Entscheidungen, die gefallen sind oder die noch offen waren in ihrer Dramatik, Dramaturgie. Natürlich schauen wir wie immer auf die Qualität unserer Tipps und wofür wir uns entschieden haben und versuchen natürlich, Schlüsse zu ziehen aus dem, was wir beobachtet haben, so dass wir in Zukunft noch besser abschneiden können. Wobei eben der letzte Spieltag halt so speziell ist, dass man sagt, okay, merke dir nur diese Dinge, verwickele dich nicht tief und also finanziell nicht overextenden. Und das, finde ich, hat der Spieltag wieder gezeigt, was natürlich jetzt nur heißen würde, na siehst du, du hast verloren und dann sagt man immer, spiel mal nix oder was auch immer und findet dann alle möglichen Erklärungen und Entschuldigungen. Wir haben es sehenden Auges getan, ich habe alles, was ich gesagt habe, wohl überlegt und vor allen Dingen der Satzteil, nicht teuer spielen, ganz klein spielen und nicht ärgern, wenn was daneben geht, weil man in aller Regel den Mannschaften keinen Vorwurf machen kann, wenn man halt mit denen geht, wie es bei uns meistens angezeigt ist, mit denen, die sozusagen vom Markt zu Verlierern erklären werden, zu den Chancenlosen. Also das ist halt dann immer prinzipiell die Strategie. Gestern im Einführungsvideo habe ich ja so ein paar Dinge auch mal erklärt in diese Richtung und das möchte ich gerne auch noch ausweiten, weil ja nun auch etliche neue Abonnenten dazugekommen sind, die dann eben vielleicht sich über diese Einführung nochmal ein bisschen herantasten können, noch näher. Und dann eben auch vielleicht auf die Gewinnerstraße einbiegen. Naja, halt auch teilweise, indem man eben erstmal ein paar Basics noch mitlernt, damit man hier vielleicht auch immer mitkommt, was ich dann sage. So, weil ja viele Sachen für einige dann schon vertraut sind und für neue halt dann noch nicht so vertraut sind. Natürlich sind hier auch ein paar kleine Specials in diesem Video enthalten, weil eben natürlich der Saisonabschluss. Und also vielleicht mache ich wirklich nochmal einen kompletten Rückblick, so anhand von gewissen Statistiken und so weiter. Und ein paar Besonderheiten sind auf jeden Fall dabei, insbesondere natürlich am letzten Spieltag, aber auch über die ganze Saison gesehen, wo man sich vielleicht dann doch verwundert und ein paar einfach spannende Sachen herausfindet. Und, ähm... Ach, jetzt habe ich das hier... Naja, falls jemand profitiert hat oder es wertfindet... Und dafür können wir... Hier ist mein Paypal-Link. Na, siehst du, da haben wir doch mal was Neues hier mit drin. Wir sind eben über die Saison und wie auch immer der letzte Spieltag war, wir sind zufrieden. Das ist halt der Yield und der ist jetzt nicht mehr veränderlich. Und, ähm... Weil die Saison einfach abgeschlossen ist, jetzt könnte irgendwo ein Rechenfehler drin sein. Ich glaube nicht, ich habe alle rausgenommen. Ich habe alles mehrfach geprüft. Und, ähm, glaube wir mal, das ist in Ordnung. Das Einzige, was jetzt meinetwegen nicht stimmt oder gar nicht im Einklang ist, das wäre natürlich... Also am letzten Spieltag ist es besonders auffällig, aber an vorhergehenden Spieltagen ist es natürlich auch gelegentlich passiert, dass ich Kurse rausgeschrieben habe, zu einem Zeitpunkt, ähm... Und nicht gleichzeitig das Video gedreht habe, was eben nicht möglich ist. Ich versuche es ja jetzt über das Twitch, was wir vielleicht auch gleich noch sehen werden, dass ich eben, dass man dann eben möglicherweise live die Wetten macht. Und dann, ähm, versuche ich natürlich trotzdem möglichst originalgetreu die Quoten... Aber da kann es eben gelegentlich Verschiebungen geben, sodass eben nicht jede Quote, die hier aufgezeichnet ist, die exakt der entspricht, die ihr bekommt. Und das ist natürlich eine kleine Verschiebung. Auf der anderen Seite habt ihr natürlich jetzt die Bewegungsfreiheit, äh, sagen wir mal, Einheitenhöhen, weil hier ist alles nur mit einer Einheit gespielt. Ihr könnt euch die Einheitenhöhe aussuchen, ihr könnt ein Spiel streichen, ihr könnt ein Spiel teuer spielen, was euch besser gefällt, eins kleiner spielen, was euch weniger gut gefällt. Abhängig natürlich von der Quote, eine steigende Quote. Naja, gut, das gehört schon wieder jetzt in ein Tutorial, dass man sich über gesteigende und fallende Quoten und sowas Gedanken macht. Aber diese Steuerungsmöglichkeit sollte euch natürlich die Chance geben, ähm, noch, eigentlich noch etwas besser abzuschneiden als das. Also von daher, wir sind rundherum zufrieden. Und, ähm, wir schauen mal jetzt im Einzelnen hier auf die Ergebnisse, die wir natürlich schon im Wesentlichen kennen, also wo es halt keine besonderen Verschiebungen gab. In der ersten Liga ist es jetzt sogar halt dann nochmal ein bisschen raufgegangen. Ähm, äh, ich hatte ja immer davon gesprochen, dass ich halt am liebsten natürlich erste und zweite Liga im Einklang hätte. Aber alles kann man sich da auch nicht aussuchen. Solange bei beiden noch ein Plus rauskommt, äh, kann man eben nicht sich beschweren, sowieso nicht. Aber auch, äh, halt einfach dann zufrieden sein und jetzt das auch mal ruhen lassen. Natürlich, also wir können noch ein bisschen analysieren, einen Rückblick machen und so weiter. Aber die Bilanzen stehen dann erstmal und dann sagt man, okay, also zumindest haben wir keinen Grund, es nächste Saison nicht wiederzumachen. Also, wer jetzt von Anfang an dabei war, wer natürlich nur dazugekommen ist oder so, da sehen wir jetzt auch gleich noch eine Statistik, wie es sich so entwickelt hat über die Saison. Da kann man natürlich auch schlechte Momente abpassen oder halt auch, äh, nicht nur in einer schlechten Phase, sondern dann auch noch schlechte Entscheidungen treffen. Gestern beim, äh, Twitch im, ähm, äh, das war halt schon vorher, ja, äh, hat der Mensch angekündigt, also dass ihr auch mal seht, dass da ein bisschen lebhaft ist. Für die, die noch nicht vorbeigeschaut haben, die sind natürlich herzlich eingeladen. Man hat eben ein bisschen andere Möglichkeiten, auch wenn es dann manchmal sich vielleicht ein bisschen mehr streckt, aber da soll natürlich mehr Unterhaltung drin sein. Aber es gibt, äh, gute Gründe auch, äh, in dem Twitch-Stream, wie gesagt, weil wir auch einfach live, auch manchmal in der Community, die Wetten ausarbeiten für die am Tag anstehenden Spiele. Ich werde nachher auch einen Stream wieder machen. Aber, ähm, ähm, da war halt die Bemerkung, äh, wo dann einer gesagt hatte, der nimmt HSV, äh, schießt viele Tore. Ähm, ähm, und, äh, ich will ja sowieso niemandem da reinreden oder soll jeder verantworten. Bloß bei uns war eben einzig und allein Sandhausen und das war ja dann meinetwegen von der Liga sogar das beste Spiel. Ähm, äh, äh, egal wie man da jetzt mit HSV auch sogar mitfühlt oder das Derby verweigert ist oder so. Aber dann sage ich natürlich, solche Möglichkeiten hat jeder. In dem Falle ging es halt daneben. Aber da kann man natürlich auch absolut seinen eigenen Gedanken, weil es auch am letzten Spieltag natürlich dann ein bisschen speziell ist. Also da ist dann noch mehr Grund, äh, vielleicht, ähm, ähm, wie ich es ja auch vorher angesagt hatte, ähm, hat man noch mehr Anlass, ähm, sich nicht unbedingt an den Zahlen, sondern an Überzeugung zu orientieren. Wir können ja nachher sogar noch sehen, wie die Spiele verlaufen sind. Hier habe ich jetzt mal aufgezeichnet, halt in dem Verlauf über die Saison und, äh, es war eben tatsächlich kurz am 25.8. war einmal kurz Minus. Was jetzt aber an einem Spieltag, also hier sind ja die Wetten einfach nur chronologisch aufgezeichnet, äh, kann natürlich an einem Spieltag und am gleichen Spieltag wieder hochgegangen sein. Äh, trotzdem war es eben, naja, also Einbahnstraße sowieso nicht. Vor allem mit dem Einbruch hier so zwischen Januar und Februar, wo ich dann wirklich sogar mal einen Spieltag ausgelassen habe, weil ich gesagt habe, nee, jetzt kann ich nicht mehr, weil ich will nicht hier alles, äh, ins Minus setzen. Dann haben wir einen nur virtuell gemacht, wie man, glaube ich, hier sieht, zwischen 17. und 28.2. Ähm, ähm, naja, war halt so, da war dann sogar ein guter Spieltag, der dann hier ausgeblieben ist. Aber man sieht, dann hat es sich wieder stabilisiert, selbst wenn dann eben nochmal der Downswing kam. Ähm, am Schluss eben trotzdem wieder etwas hoch und der letzte Spieltag halt jetzt in Kombination erste, zweite Liga nicht gut. Aber da waren ja auch die, äh, lautesten Warnungen natürlich ausgesprochen. Und, äh, sagen wir mal so, hier kann man jetzt nicht so viel draus schließen. Wenn man jetzt sagt, so ein Downswing, naja, hätte ja noch weiter runtergehen können oder so. Äh, es sieht aber trotzdem, sagen wir mal, so zuverlässig aus, dass man eben sagt, es war schon gute Arbeit und es geht. Also, wir haben genug Potenzial, Fehler zu finden. Der Markt kennt nicht alle Wahrscheinlichkeiten richtig oder verlässlich. Und, ähm, wie gesagt, die ganzen Kursverschiebungen sind dann eben auch nochmal, ähm, irgendwo zu berücksichtigen. Es wird natürlich komplizierter. Und dann haben wir noch Einsatzhöhen, die eben auch, ähm, 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 naja, sie variieren über diese Woche. Und je näher zum Anschluss hin, umso, naja, zuverlässiger, wie viele sagen, halt werden die Markteinschätzungen. Das heißt also, man hat dann zwar höhere Limits, aber wird es trotzdem schwieriger, den Markt zu zahlen, äh, zu schlagen. Weil die höheren Limits halt auch nur bedeuten, jetzt sind die Kurse sozusagen so eingependelt, dass alles stimmt. Wir würden dann immer noch reingehen, aber da, okay, man muss dann eben gucken. Wie gesagt, weil das ist ja hier meistens die Market, was jetzt hier aufgezeichnet ist. Aber das, trotzdem macht es uns soweit Mut, dass wir eben ausreichend, äh, Gelegenheiten finden, äh, sagen wir mal, Ansatzpunkte, um da den Markt halt zu besiegen. Wenn man das hier gespielt hätte, wäre ja alles okay. Da ist halt bloß die Frage, wie hoch hätte man denn spielen können? Wenn man jetzt 200 Euro pro Werte gespielt hätte, dann kommt eben nachher raus, äh, mit 25 Einheiten oder 5000. Na ja, da kommt man jetzt nicht über die Saison oder so, ne? Äh, über ein Jahr oder sowas, ne? Also von daher, so muss man dann eben noch ein bisschen, ähm, rechnen. Aber es sieht gut aus und wir haben alle Chancen. Jetzt habe ich eben hier bei Twitch, falls eben jemand jetzt das noch nicht entdeckt hatte, ich kann hier ja auch Links, ich, äh, auch in den, in die Beschreibung oder so, da bin ich jetzt alles noch nicht so serviert. Das habe ich jetzt mal drin gelassen hier, dass ihr euch das rausschreiben könnt halt und dann eben herzlich willkommen seid in meinem Stream, wo man dann eben auch diese Interaktion hat und eben ein bisschen, äh, äh, zeitaktueller, also zeitgenauer. Wir gucken dann eben aktuell den Kurs nach, dann gibt es eben kein Diskutieren. Diese Wetten, die jetzt über den Stream auch gemacht werden, werden auch aufgezeichnet und jetzt war es natürlich die schlechteste Zeit zum Einsteigen. Jetzt weiß ich nicht ganz genau, muss ich nachher noch gucken, wie die Bilanz ist, aber sie ist jetzt auch nicht schlecht oder so, aber sie ist jetzt auch nicht gut. Also, so, das ist jetzt, sagen wir mal, relativ unwichtig. Ähm, das hier, naja, unwichtig. Wir hatten sogar eine gute Qualität bei den, äh, 5, 6 Wetten, die wir hatten und trotzdem ein schlechtes Ergebnis. Das haben wir x-mal gehabt in der Saison und passiert immer wieder. Hier würde man trotzdem sagen, jetzt, Mensch, zweiter, äh, äh, letztes Spieltag, hast du denn da auch wirklich gut ausgewählt, ne? Und, äh, da ist es eben noch viel schwerer und gerade für den Computer und ich gehe mit dem Computer und ich gehe nicht nach Emotionen und gehe auch nicht nach dem Markt, ähm, äh, wobei ich diese Gesetzemäßigkeiten natürlich, äh, in- und auswendig kenne, bloß, ähm, kann ich eben sagen, ja, hier entscheide ich mich trotzdem dagegen und hier entscheide ich mich nicht dagegen, aber ich entscheide mich niemals für den Markt. Also, ich meine, ich gehe nicht mit dem Markt in dem Sinne, dass ich halt, äh, jetzt fallende Kurse oder wo Leute jetzt sagen, äh, die müssen und die anderen brauchen nicht und so weiter, dann diese Mannschaft zu spielen. Aber das ist natürlich hohe Komplexität da drin. Die Warnung war ausgesprochen. Ich bin darin nicht gut, gebe ich ehrlich zu, weil ich eben, ja, ich kann halt auch nicht, jeder, keiner kann da aus seiner Haut, äh, ähm, und, äh, dass ich eben das Prinzip beibehalte und dann eben versuche trotzdem, ähm, naja, das von der Seite aus auszunutzen halt, von der, in Anführungszeichen, falschen Seite. Und wenn es eben dann bestraft wird, kann man sagen, siehst du, da hast du die Quittung, du machst es halt nicht gut. Kann ich jetzt auch schlecht bestreiten, wenn die Qualität gut gemessen ist. Also über die ganzen, äh, den ganzen, äh, Spieltag, jetzt erste Liga war es halt sogar noch ein Plus, obwohl da die Qualität schlecht war. 2 zu 3 ist natürlich jetzt nicht katastrophal, aber, ähm, jetzt weiß ich nicht, warum hier die zweite Liga nicht, oder war die schon davor. Wie auch immer, hier ist jetzt, äh, die, äh, Abrechnung im Tabellenformat, warum man mir das jetzt in Gelb und Blau gemacht hat, weiß ich nicht. Aber es ist trotzdem, ähm, halt die, äh, die Blauen sind die Verlorenen, oder die Hellblauen. Weiß ist 1 Pari und die, äh, Gelben gewonnen. Also haben wir 5 gewonnen, 7 verloren. Es ist halt ein kleines Minus, diskutieren kann man über jedes, äh, ob hier jetzt schlecht, äh, gut, oder wie hier die Bewertungen waren, müssen wir natürlich auch noch in den Spielen. Aber da kann jetzt auch jeder sagen, na, zähl doch, wie du willst, äh, bei Köln, oder steht hier neutral, weil die Statistiken einfach nicht so eindeutig waren. Aber da kannst du auch sagen, na ja, schmeiß doch das Ding weg. Nur, jetzt ist die Saison sowieso abgeschlossen, wenn man jetzt sagt, na, du hast die in die Tasche gelogen, weil du da eins neutral gezählt hast, was totaler Blödsinn war, oder so. Also, ich zähle ja auch Union als schlecht, da haben wir auch 3-0 gewonnen, weil halt die Statistiken so klar auf Düsseldorfs Seite waren. Aber wie gesagt, das ist jetzt eben dann sowieso mit dem Saisonabschluss vergessen. Jetzt kann ich halt bloß nachher sagen, ja, letzte Saison, siehst du, da hatten wir eine 60 zu 40 Qualität, oder so, gut und schlecht, oder so. Und du sagst, ja, das war doch nicht 60, 40, das war dann 59, 41. Also, das ändert dann auch nicht viel. Wichtig ist halt, was, ne, müssen wir Kanzler Kohl, Ex-Kanzler, fragen. Wichtig ist halt, was am Ende hinten rauskommt. Und, ähm, so. Also, jetzt schauen wir nochmal auf die Ergebnisse des Spieltags. Und, ähm, wir erinnern uns natürlich jetzt sowieso an alles. Und es ist dann auch schon wieder, meinetwegen, egal, History. Weil man eben, naja, wenn es keine Fortsetzung gibt der Liga, dann ist doch jetzt egal, wie es war. Jetzt machst du das Buch endlich zu, das war's. Wir schauen halt trotzdem hin, auch in der Absicht für die Zukunft besser zu werden, oder so. Und, ähm, sagen wir mal, dass Fürth jetzt verliert. Ich hab da vielleicht auch genau hingeguckt oder versucht. Und die Statistik war alles okay bei Fürth. Und ich würde sagen, also, das war ihm nicht geschenkt, auch wenn dann, das war ja dieses Drama in gewisser Weise, wobei Nürnberg ja eben jetzt noch nicht abgestiegen ist, aber dass sie dann alles nach vorne geworfen haben und halt nicht, die Parallelspiele muss man eben beachten, Karlsruhe hat's halt geschafft, Nürnberg nicht. Karlsruhe, ähm, hätte es ja nichts genützt, wenn Nürnberg noch das späte Tor gemacht hat. Da war ja Karlsruhe schon abgefiffen, wobei es dann ihnen sowieso nichts genützt hätte. Also, ähm, ich meine jetzt auch nicht, dass sie höher hätten gewinnen können und das dann irgendwie genützt hätte. Aber, ähm, Nürnberg hat das auch verdient gehabt, aber daran sieht man eben, dass vielleicht doch normal gespielt wurde, ne? Das Hannover-Bochem war auch ein ganz normales Spiel, aber für uns vollkommen unbedeutend. In Wehen, St. Pauli war einfach offensiv geführt. Klar, immer dieser Abschied von den Heimfans, den hätte ich voll und ganz akzeptiert, dass es da das kleine Plus für die Heimmannschaften gibt. Bloß sind ja keine Fans da. Trotzdem hat Wehen halt genau so gespielt und Dresden eigentlich auch gegen Osnabrück. Also wo halt, also Hannover gegen Bochum war eben jetzt wieder in die andere Richtung, wie wir nachher in den Statistiken sehen. Aber, ähm, naja, jetzt würde vielleicht in der Summe rauskommen, dass die Heimmannschaften doch ein bisschen mehr gemacht haben. Ähm, naja, Quatsch. Wir haben am Schluss halt 17, 18, auswärts war vorne, wobei halt hier Freakergebnisse dabei sind. Aber in der zweiten Liga war es ja nicht so auffällig, auch nicht nach Corona. Ähm, und, ähm, also jetzt bezüglich Heim auswärts oder der Abschied von den Heimfans oder im letzten Heimspiel nochmal dann ein bisschen mehr Motivation haben. Das war ein Aspekt, der mich nicht interessiert hat. In der Partie Wehen gegen St. Pauli würde es vielleicht so aussehen, als ob es da eine Bedeutung hatte. Meinetwegen hat es dann auch, aber in anderen Spielen halt nicht. Also, und das ist dann für mich nicht vorhersehbar. Gut, die Spiele waren auch unwichtig für uns. Kiel gegen Nürnberg war halt Drama und das kann man nicht anders sagen. Wenn es eben auch nur um 16 oder 15 ging, äh, dann war es halt trotzdem wie die Nürnberger und dann waren sie schon verzweifelt. Und was da für ein Chancenfestival nachher war. Und da hatten wir halt das Over. Also das war unfassbar. In der Nachspielzeit habe ich gesagt, dann im Twitch-Stream auch, für mich ist immer noch die Chance 50 Prozent oder ich hatte das Gefühl, das Tor fällt auf jeden Fall. Nach Pfostenschuss hier, Kopfball da, Latte knapp drüber. Es war alles vertreten. Wir haben das Tor nicht bekommen. Das ist halt, ja, ein bisschen absurd. Zumal eben genau das auch in der Bild stand, jetzt als ausgewähltes Spiel. Und da habe ich jetzt extra sogar eine Statistik gemacht und habe gesehen, das war das Spiel mit den meisten Toren, die im Spiel enthalten waren. Also 5,1 Tore hätten da fallen müssen. Das war das Maximum von der ganzen Saison. Das war das einzige Over, was ich für die Bild-Zeitung getippt habe. und das war das beste Over und das haben wir verloren. Okay, Stuttgart-Darmstadt war halt ein ganz normales Spiel, was einfach Stuttgart verloren hat, wo dann eben, naja, die Bedeutungslosigkeit, wie bei Dortmund oder so, dann auch halt einen Einfluss gehabt haben kann, dass man sagt, naja, und wenn es mal nicht klappt, dann klappt es halt nicht. Was soll es? Oder so. Und im anderen Fall halt vielleicht noch was hätte zulegen können. Aber letztendlich war es ein normales Spiel, was einfach so ausgegangen ist. Und HSV Sandhausen ist natürlich absurd, nur eben auch trotzdem dann die Bestätigung, naja, dass eben viele normal oder dass eben nicht das, also normal spielen, aber dass eben nicht das von allen erwünschte oder herbeigesehnte Ergebnis oder was auch immer, dass da dieses Nordderby jetzt findet, dass es eben nicht kommen muss und dass einfach sich manche und gerade die Kleinen manchmal dann eben insbesondere nicht darauf einlassen oder so und sagen, wir spielen einfach unser Spiel. Die Statistiken sagen noch mal was anderes. Das Gleiche ist natürlich Bielefeld-Heidenheim, wo ihm jetzt die Besonderheit war, ob Bielefeld sich diese zwei Millionen selbst kaputt schießt, die sie mehr hätten, wenn HSV ein Dritter geworden wäre, was eben auch unlogisch ist mit dem Verteilungsschlüssel. Aber Fakt ist, dass sie hier auch viele belegt haben, dass sie eben normal spielen. Trotzdem spielt halt die Liga einfach ein bisschen verrückt. Und wie ich schon sagte, jetzt wenn Stuttgart halt gegen Darmstadt dann zurückliegt oder so und die ganze Zeit auch das Spiel machen, Chancen, das, und die aber nicht reingehen, könnte man sagen, wie gesagt, sie entspannen sich dann trotzdem und sagen, ist doch nicht so schlimm jetzt, was soll's, Mensch. Und dass es dann vielleicht doch diesen kleinen Unterschied macht, ob man eben jetzt den Abschluss dann rein... Aber es ist auch ein bisschen überinterpretiert, wenn man das tut. Wenn das Geld weg ist, ist es halt immer schlecht und man sucht halt immer nach Händeringen, nach Gründen und sucht dann eben vor allen Dingen danach, ob man sich hätte vermeiden können oder wie soll ich sagen, also ob man das nicht doch hätte vorhersehen können und wie kannst du so blöd sein und Stuttgart sagen, wenn man hier sieht, 2,05, 2,46, also sie haben mehr erzeugt und weniger zugelassen oder hier kann man halt die 0,41 und die 0,16, Stuttgart war also 0,57 Tore sogar noch besser als erwartet, wo man mich eben natürlich auch für auslagen kann, weil man kann sagen, habe ich doch gesehen, dass sie sich keine richtige Mühe gegeben haben, haben, egal, und wenn denn der Abschluss da war, dann hat er noch in den Rasen getreten, weil es ihn nicht interessiert hat. Karlsruhe war besser, aber trotzdem waren sie dadurch nicht die bessere Mannschaft, also besser als erwartet, aber auch nicht so viel, aber halt davon nicht die bessere Mannschaft, jetzt muss ich das als gut zählen und was ich gesehen habe von Fürth, war eben auch gut. Bochum, also war ein total falsches Ergebnis, weil einfach alle Spielstatistiken auf Bochums Seite, naja, dann guckt da gar keiner mehr hin oder so, sagt dann Hannover, ist doch normal, spielen zu Hause, 2-0 Sieg, ist doch alles klar, aber es war halt überhaupt nicht so, das wäre wieder das Bedauern über den Fußball, dass eben die Spielstatistiken einem oft nichts nützen, dass man halt einfach nichts draus machen kann. Einer macht das Spiel, der andere macht die Tore. Das Prinzip, das passiert eben sehr häufig. Wehen hat überragend hier gespielt, aber St. Pauli hat halt auch nochmal mitgespielt. Haben wir halt torreich, absolut korrekt, meinetwegen, dass halt viele Tore fallen. Nicht, dass man es hier nur daraus ablesen kann, bloß da kann man auch ein bisschen daraus ablesen, dass sie vielleicht gar nicht so doll verteidigen und dann ist es natürlich einfacher, Tore zu schießen. Sprich, eben dann auch ein ganz wichtiger Aspekt ist. So, Dresden hat sehr gut gespielt, Osnabrück war auch normal, aber es war halt ein klares Plus für Dresden. Hätten sie verdient gehabt, hat Osnabrück noch einen späten Ausgleich. Regensburg gegen Aue. Hat Regensburg auch die Überlegenheit und die anderen haben das Ergebnis. Auch wieder so ein Beispiel halt, wer besser ist, verliert. So ungefähr. Kiel hat halt massiv natürlich nach vorne und es war lange Zeit auch toll, hat mir wirklich gefallen, wann immer ich was gesehen hatte in der Konferenz, obwohl wir hier sogar im Stream waren, aber ich habe dann so viel rüber geguckt, naja, dann ist der Stream vielleicht nicht so gut. Aber jedenfalls, irre nach vorne, aber was Nürnberg nachher an Chancen und das nach vorne, Allemann und immer noch eine Flanke, noch einen Schuss, das Kopfball, es war alles da und sie hätten einfach das Tor verdient gehabt. Man kann ja nicht anders sagen. Und wenn sie dann auf den Boden fallen, ist es halt, würden sie auch beim normalen Ligaspiel, wenn man einfach sagt, kann doch nicht sein. Jetzt haben wir da wirklich alles reingehauen, alle Chancen, drei Tore, das hat ja nie einer. Und deswegen sage ich ja, 2,1 zu 3,01, das ist ja bei Bayern, also war es gestern 3,11, aber das ist halt eine absolute Ausnahme, also dass man so viele Chancen hat. Die sind ja bei mir aufgerechnet auf Flanken, Schüsse, on and off und Ballbesitz und was halt alles damit eingerechnet ist. Und trotzdem ist es halt dann viel, sehr viel gewesen. Flutgart hatten wir schon, HSV kann man hier auch nichts vorwerfen, in dem Sinne, der Markt hat halt trotzdem ein bisschen übertrieben, weil es war ja 1,75, so viel waren sie halt nicht besser, aber sie waren halt nochmal besser und sogar hier ein bisschen besser als er war, was man vielleicht im Spiel nicht den Eindruck hatte. Natürlich hatte Sandhausen dann das Ergebnis ganz klar auf seiner Seite, sodass man eben dann das vielleicht nicht mehr ganz so auch überhaupt wahrnimmt, dass der HSV jetzt ständig vorne ist. Sie waren es und das und Hacking an der Seitenlinie war natürlich dann versteinert, einfach sagt, kann ja nicht sein, weil natürlich hatten sie Chancen, das war okay, aber es war natürlich jetzt auch nicht ein wirklich gutes Spiel, also das wäre natürlich jetzt auch Blödsinn, das zu sagen. Also wenn man 5 Tore kassiert, natürlich waren die letzten Tore dann, die Gegentore waren natürlich geschenkt. Jetzt habe ich nur mal hier die Abschlusstabelle, ich meine, ich werde jetzt nicht mehr in die Spiele einzeln reingehen, aber hier sind halt auch die Punkte aufgezeichnet erwartet und die sie hätten haben sollen und dass man eben sieht, dass Bielefeld hier trotzdem überbelohnt wurde und sowohl Stuttgart als auch HSV eben eigentlich hier gemeinsam so im Brustvoraus über die Ziellinie, also Stuttgart hätte, sagen wir mal, Augenbrauen nehmen, es geht ja nur Brustwarze vorgehabt. Also wenn man die 60,28 gegen die 60,24 sieht und dagegen die 56,78. Naja gut, diese Glücks- und Pechbilanz, die könnte man jetzt eben auch hier zurate ziehen, weil das eben hier umgerechnet ist. Da haben sowohl, also Stuttgart, also müsste man jetzt nehmen, wenn es weitergehen würde, weil sie halt einfach ein bisschen Pech hatten und HSV auch und man müsste halt gegen Bielefeld, weil die eben viel zu viel rausgeholt haben. Wobei die Leistung gestern natürlich ganz toll war. Aber die Saison geht ja nicht mehr weiter. Jetzt habe ich das aus Spaß mal hier wirklich nach Leistung sortiert, dass man eben sieht, diese Brustvoraus von Stuttgart, aber die waren halt einfach die Besten trotzdem. Und da ist nichts von vorher manipuliert hier mit Conversion Rate oder so. Das waren wirklich nackte Leistungen. Und natürlich hätte das jeder gesagt, bloß der Markt hätte normalerweise hier eine höhere Überlegenheit angenommen, sodass also unsere Wetten gegen die beiden dauerhaft angezeigt waren und auch im Prinzip dauerhaft erfolgreich waren. Also Stuttgart habe ich ja im letzten Spiel das erste Mal gespielt, Bayern aber auch. Auf Bayern und auf Stuttgart. Und bei Stuttgart ist daneben gegangen. Wie gesagt, dann ist ein Riesenkluft, sodass die drei eben das schon verdient haben. Ne, Quatsch. HSV war ja nicht Heidenheim. Also Heidenheim hat Zeit nicht verdient. Die hätten es verdient, dass die rausgefallen sind. War ja nun einfach ein kleines Wunder, muss man auch mal. Kiel, da halt hier vorne führt, die haben alle Minus. Auch Sandhausen hat halt super gespielt die Saison über. Hannover dahinter. Gut, hier sind kleine Abschämungen. Jetzt kann man eben immerhin sagen, dass doch dann eben mit Dresden und Wehen am Schluss diese beiden abgestiegen sind. Dass eben Aue sich so rauskatapultiert hat, so gigantisch. Ist ja der Unterschied auch nicht mit 7 Punkten von 40,009 auf 47. Das heißt einfach nur, die Mannschaften sind halt alle so ziemlich gleich gut von hier bis da. Klar, diese Nuancen von 8 Punkten, aber auf 34 Spiele ist jetzt halt auch nicht viel. Aber da kann natürlich viel passieren und wenn sie dann halt schon mal diese Punktausbeute haben, dann sind halt die Leistungen auch egal. Bei ihnen war es immer überbewertet, bei Regensburg auch, jetzt in etwas kleinerem Umfang. Osnabrück habe ich eben doch gegen Ende dann mehr und mehr gelobt, wo ich dann meinte, vielleicht sind es doch die, die dann eben hier reinrutschen noch und die haben sich dann super gewehrt und den Rest müssen wir jetzt nicht groß drüber reden. ist es ein Niveau, natürlich Nürnberg jetzt schon mit erheblichem Pech, aber 45 Punkte, also wenn man jetzt nur 37 erzielt, gut, dann sind es die 8-Punkte-Unterschied, die halt die hier zu viel haben, so ungefähr, oder auch die Bielefeld zu viel hat oder sind sogar noch mehr, aber das sind halt so noch relativ normale Schwankungen, aber die natürlich dann den Einzelnen manchmal zum Nachteil betreffen. Hier jetzt nochmal die Leistungen gegenüber der Erwartung, da ist jetzt eben von mir eine Grundeinschätzung mit drin, die eben dann möglicherweise für falsch also befunden werden kann. Der Markt hatte eben Kiel nicht runtergesetzt, ich hatte sie recht erheblich runtergesetzt, die Leistungen waren entsprechend wie letzte Saison eigentlich und die Punktausbeute war aber nicht, also von daher war es jetzt so ein bisschen zwiegespalten. Oft gegen Kiel, dann vielleicht manchmal zu Unrecht und dann doch oft erfolgreich und so weiter. Das natürlich dann würde man ein Glück nennen, nur, naja, das sind halt kleine Abweichungen. Sandhausen halt durchgehend gut, Stuttgart habe ich dann trotzdem ein ganz bisschen unterschätzt, aber es ist eben natürlich in dem Bereich ist alles hier möglich. Ich würde bloß mal sagen, die ganzen, die Gesamtabweichung hier, die ist eben nicht so bedenklich groß. Wenn ich jetzt sage, nur also erwartet und wie sie gespielt haben, es ist ja halt, es sind ja trotzdem nur Nuancen, wobei da eben natürlich angemerkt werden muss, dass der Computer im Verlauf der Saison dann seine Anpassung vornimmt, sodass er dann die Erwartungen für das nächste Spiel wieder anpasst. Also wenn ich jetzt hier die Erwartungen ausrechnen würde, die ich komplett vor der Saison für alle Spiele gehabt hätte, indem ich alle Spiele vor der Saison berechne, also so als ob eben morgen alle 34 Spieltage stattfinden und zwischendurch keine Anpassung, dann würden hier größere Abweichungen entstehen, aber auch keine gigantisch. Also der Computer reagiert halt vorsichtig, aber vernünftig, so würde ich es eben sagen, hat sich es über die Jahre auch gezeigt, aber das haben halt auch meine Datenanalysen bestätigt, die ich natürlich an anderer Stelle vielleicht mal erklären könnte, die aber jetzt natürlich hier definitiv den Rahmen sprengen würde. Also die Spiele schauen wir jetzt nicht mehr im Einzelnen an, sondern ich mache jetzt Schluss. und danke halt für die ganze Saison und wir können uns jederzeit sehen, vielleicht komme ich auch mit ein paar Tutorials hier oder halt wie gesagt im Twitch-Stream, die Saison ist nicht beendet, weil ich eben einfach weitermache. Es wird weiterhin Fußball gespielt, also ein paar Ligen, die ich richtig betreibe, sind auch noch, die mache ich aber jetzt nicht mehr hier, nehme ich die auf in diese Videos, das schaffe ich sowieso nicht, aber halt wie gesagt im Twitch könnt ihr das sehen. Okay, und ansonsten müssen wir sehen, wie wir nächste Saison und da müssen wir erstmal sehen, wann überhaupt wer wie wieder anfängt und ja, da ist alles noch offen. Also jetzt müssen wir erstmal den Saisonabschluss, ob alles so regulär weiterläuft und dann halt weitersehen. Okay, dann danke erstmal. Tschüss.